Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5350. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Abschminken vor dem Schlafengehen ist ein absolutes Muss. Sonst verstopfen die Poren. Das Abschminken vor dem Schlafengehen ist ein absolutes Muss. Sonst verstopfen die Poren. Das Abschminken vor dem Schlafengehen ist ein absolutes Muss. Sonst verstopfen die Poren. Ich nehme mein Fahrrad mit in den Zug. So komme ich schnell an meinen Arbeitsplatz. Ich nehme mein Fahrrad mit in den Zug. So komme ich schnell an meinen Arbeitsplatz. Die Straßenbahn kommt pünktlich und bringt mich schnell in die Stadt. Die Straßenbahn kommt pünktlich und bringt mich schnell in die Stadt. Wir kennen uns erst seit zwei Monaten und sind zum ersten Mal zusammen im Urlaub am Meer. Wir kennen uns erst seit zwei Monaten und sind zum ersten Mal zusammen im Urlaub am Meer. Ich plane meinen Sommerurlaub und suche ein hundefreundliches Hotel. Ich plane meinen Sommerurlaub und suche ein hundefreundliches Hotel. Ich plane meinen Sommerurlaub und suche ein hundefreundliches Hotel. Ich habe alles für das Picknick mitgebracht. Leider ist mein Freund wieder nicht gekommen. Ich habe alles für das Picknick mitgebracht. Leider ist mein Freund wieder nicht gekommen. Vertrauen ist ein wesentlicher Bestandteil einer funktionierenden Gesellschaft. Vertrauen ist ein wesentlicher Bestandteil einer funktionierenden Gesellschaft. Die beiden Netzballerinnen sind Freundinnen und spielen in einer Mannschaft. Die beiden Netzballerinnen sind Freundinnen und spielen in einer Mannschaft. Die beiden Netzballerinnen sind Freundinnen und spielen in einer Mannschaft. Ich fasse zusammen, was jetzt zu tun ist. Zunächst müssen wir starke Argumente finden. Wir haben immer davon geträumt, ein Kaffee zu eröffnen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.